Sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanka, sehr geehrte Frau Ministerin Kunst, sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, Ihre Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Leibniz, der ja den Leibniz-Preis nicht kannte, hätte ihn aber sehr wohl gebrauchen können, als er nämlich in Paris war. Ja, er war in Paris, wo er auf eine Audienz beim König wartete. Vier Jahre lang wartete er, vergeblich. Aber in dieser Zeit fiel ihm ein, vielleicht gänzlich in Paris zu bleiben und dort mithilfe eines, wie er schreibt, gewissen Amtes, das käuflich zu erwerben war, sein Leben zu finanzieren. Das war ein Traum. Ein Traum vom Leibniz-Preis vor 340 Jahren. Also, wie wir hörten, über 300 Jahre vor der eigentlichen Erfindung des Preises Zukunft seit 1676. Als ihm davon träumte, war Leibniz 26 Jahre alt, mobil, frech und frei, gut vernetzt, aber ohne Geld. Ins heutige Deutsche übersetzt, exzellent, aber prekär. Wie schlecht es Leibniz in Paris ging, lässt sich daran ermessen, dass er weder feste wissenschaftliche Aufträge bekam, noch das deutsche Salär, was ihm eigentlich zustand, bekam. Also arm, aber in Paris. Wie sexy sich die Stadt für einen Nachwuchswissenschaftler seines Kalibers damals anfühlte, beschrieb Leibniz in mehreren Briefen. Die Gleichzeitigkeit aller Wissenschaften stachelte ihn da an. Die schöpferische Versammlung der besten Männer seiner Zeit an einem einzigen Ort, sogar die unerhört geschickten Präzisionsmechaniker, die ihm Uhrwerke und Rechenmaschinen bauen konnten und auch bauten. Also wollte Leibniz in Paris bleiben. Da begann seine Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und bald brannte er für diese Idee eines gewissen käuflichen Amtes, also das ihm, wie er hoffte, ein freies, unabhängiges Forscherleben in Paris garantieren würde, aber leider teuer gekauft werden musste. Dafür fehlte ihm das Geld. Also schrieb Leibniz in Paris Drittmittelanträge nach Deutschland. Nachzulesen sind diese Anträge in Leibniz sämtlichen Schriften und Briefen, herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, damals in der DDR, Reihe 1, Band 1. In diesen transnationalen Anträgen begründet Leibniz seinen Finanzbedarf mit dem Wunsch nach Autonomie. Er hatte keine Lust, schrieb er, sich bei irgendwelchen Fürsten einschmeicheln zu müssen, wie sonst immer in Deutschland. Kein Klüngeln, kein Schleimen, kein Zittern, kein Druck, nur eine kleine Anschubfinanzierung von zu Hause und er wäre glücklich in Paris. Was genau hinter dem gewissen Amt steckte, erfuhr der potenzielle Geldgeber in diesen Anträgen freilich nicht. Dafür aber von 1 bis 10 nummeriert, was in Leibniz' Augen die Sache attraktiv macht. Erstens, sie habe ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Zweitens, wäre ihr Ertrag sogar steigerungsfähig. Drittens, hätte Leibniz eine Idee, um sie noch zu erhöhen. Viertens, sei das Amt honorabel. Fünften, müsse man dafür nicht gegen sein Vaterland handeln. Sechstens, es sei religionsunabhängig. Siebtens, es erfordere, Zitat, mäßige Arbeit und wenig Verantwortung. Ja, achtens, es verbiete nicht, Zitat, von Zeiten zu Zeiten einige Reisen in das Vaterland zu unternehmen. Und zum neunten gäbe es die Möglichkeit, gute Freunde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon profitieren zu lassen. Schließlich könne man zehntens das Projekt jederzeit unterbrechen. Leibniz hatte es eilig mit seinem Antrag. Er beendete ihn mit den Worten, ich erwarte auf dieses Schreiben ehestens Antwort. Und damit solches richtig zugehe, kann man es nur auf die Post geben. Und auf den Titel des Briefes nichts anderes als dieses, von Wort zu Wort, von Buchstaben zu Buchstaben schreiben. Der Traum ging nicht in Erfüllung. Die Fürsten und Freunde in Deutschland gaben Leibniz nicht das nötige Startkapital, das es für sein Forscherleben in Paris benötigte. Denn sie wollten ihn lieber bei sich haben. In Deutschland. Im armen, armen Deutschland, das vor dem reichen und mächtigen Frankreich zitterte und auch dauernd von ihm gezaust und gebeutelt wurde. Leibniz war ja bekanntlich nach Paris gegangen, um Ludwig XIV. vorzuschlagen, einen Ägyptenfeldzug zu machen. Das Projekt war auf den imperialen Ehrgeiz des französischen Königs aus. Es heißt, Leibniz wollte Frankreichs Übermut von Deutschland ablenken und auf Ägypten umleiten. Ein perfider Plan. Leider hat der König den Nachwuchsforscher nicht vorgelassen und hat seinen Vorschlag noch nicht einmal abgelehnt. Leibniz selber aber wäre in der Zeit beinahe zum Franzosen geworden. Die perfiden Franzosen hatten ihn unversehens auf ihre Seite gezogen, ihn also von Deutschland abgelenkt und auf Frankreich umgeleitet. Die Franzosen denken, sie brauchen keinen Leibniz-Preis, um jemanden an sich zu binden. Die Franzosen glauben, das mit ihrer überzeugenden Lebensart zu schaffen. Das reicht auch meistens. Im Falle Leibniz hat das aber nicht gereicht. Ein wenig deutsches Kapital wäre gut gewesen, hätte die Sache klargemacht oder abgerundet. Aber aus Deutschland kam nichts. Das war ein negativer Leibniz-Preis, den der Philosophen schließlich 1676 in die Heimat zurückzog. Wir aber stehen hier mit dem positiven Leibniz-Preis, sozusagen bei Leibniz zu Hause hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Wir bedanken uns bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die unerhörte Autonomie und Freiheit, die uns mit diesem Preis geschenkt wird und für das in uns gesetzte Vertrauen. Wir wissen ganz genau, dass wir es nicht alleine sind, die diese Auszeichnung bekommen, sondern mit uns all diejenigen, die innerhalb und außerhalb der Universitäten und Forschungseinrichtungen mit uns im lebendigen Dialog und freundschaftlichem Austausch stehen. Verbunden mit unserem aufrichtigen Dank sind zwei Hoffnungen. Zunächst die dringende Hoffnung, dass dem wissenschaftlichen Nachwuchs, exzellent, aber prekär in Europa und besonders in dem gar nicht mehr so armen Deutschland endlich größere berufliche Sicherheit, das heißt auch intellektuelle Freiheit, verschafft wird. Sowie zweitens die noch dringendere Hoffnung, dass die freie, unabhängige, auf Grenzüberschreitungen und transnationale Befruchtungen angewiesene Wissenschaft als Gegengift gegen die Renationalisierung Europas, die wir in den letzten Jahren erleben, wirken kann. Wir arbeiten daran. Applaus